Was geht ab liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Der Trainer von Islam Makhachev, Javier Mendes, verriet, dass Makhachev an einem Rückkampf gegen Alexander Volkanovski interessiert ist. Und was er genau zu diesem Ganzen gesagt hat, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo-Daumen nicht zu verpassen, Freunde, weil 57% von euch das noch nicht getan haben. Und schaut bei ESN vorbei. Code, um mich zu supporten, ist natürlich NoTime. Am 11. Februar siegte Makhachev gegen Volkanovski in einem der bisher spannendsten Kämpfe des Jahres. Obwohl der amtierende UFC-Weltmeister im Leichtgewicht durch einstimmige Entscheidungen gewann, waren einige der Meinung, dass Volkanovski diesen Kampf hätte gewinnen müssen, dass er genug getan hat, weil er die Takedowns für einen Islam Makhachev einfach neutralisieren konnte, weil Islam den Rücken hatte in gewissen Runden und er nichts draus gemacht hat. Aber so läuft halt die Bewertung im MMA nicht. Wenn du den Rücken hast und ihn kontrollierst, dann gewinnst du die Runde. Das ist Control-Time. So einfach ist das. Ja, dann braucht man auch nicht darüber diskutieren. Und ISN Makhachev weiß, er hat diesen Kampf gewonnen. Obwohl für die MMA-Journalisten, für die Media einfach eine ganz klare Sache ist, dass Volkanovski trotzdem danach hätte auf dem ersten Platz sein müssen, war er ja auch. Einfach weil Islam nicht genug getan hat, um auf dem ersten Platz zu sein, sagen viele, obwohl er den Kampf gewonnen hat. ISN Makhachev, sagte Javier Mendez, hat diesen Kampf gewonnen. Aber war es ein harter Kampf? Verdammt nochmal ja. War er härter, als ich dachte? Auf jeden Fall ja. Hat er sich meinen vollen Respekt verschafft? Verdammt nochmal ja. Er hat meinen Respekt. Ich freue mich auf den Rückkampf, wenn es einen gibt. Ich will diesen Rückkampf, sagt der Head Coach von Islam. Ich weiß, dass Islam ihn auch will. Wir drücken uns vor nichts. Wenn die UFC diesen Kampf arrangiert, wird er stattfinden. Es wird von beiden Seiten gewollt sein. Sie werden es wollen. Wir werden es wollen. Und ich würde hoffen, dass sie ein großes Event daraus machen. Denn dieser Kampf hat verdammt nochmal abgeliefert. Bevor die UFC einen Rückkampf in Erwägung ziehen kann, muss sich Volkanovski noch um seine Angelegenheiten in der Federgewichtsklasse kümmern. Bei UFC 290 will Volkanovski gegen Jair Rodriguez antreten, seinen Titel zurückerobern. In der Leichtgewichtsklasse wartet Makhachev ebenfalls auf einen würdigen Titelanwärter. Da habe ich ja gestern ein Video zu gemacht, dass die UFC schon zu Darius gesagt hat, dass sie Dustin Poirier anstreben. Und meine Theorie zu der ganzen Sache ist auch, dass Poirier entweder den Titel haben soll oder Makhachev, weil die UFC darauf hofft, dass McGregor gegen Chandler gewinnt und dann im Leichtgewicht um den Titel gegen einen der beiden kämpfen kann. Entweder nochmal gegen Team Khabib oder gegen Poirier halt den vierten Kampf auf die Beine stellen kann. Ich weiß, dass sie unter anderem schockiert waren, sagte Mendez, also Volkanovskis Team, weil sie geschlagen wurden und zwar im Stand. Islam hat ihn geschlagen im Stand, zwar nicht wirklich dominant und nicht wirklich mit sehr, sehr großem Unterschied, aber er hat ihn geschlagen. Das hat sie schockiert. Wir wollen das Rematch und wir wollen Volkanovski. Sehr interessant. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und Abo. Bis zum nächsten Mal hier bei Notime MMA.